Ich habe die Klinik im Internet gefunden, habe Kontakt aufgenommen mit einem Übersetzer und die haben mir dann alle Informationen zugeschickt, auch die Preise und das mit dem Transfer und mit dem Hotelablauf und dann sind wir einfach angegangen. In der Klinik haben wir erst Abdrücke gemacht, haben die Zähne beschliffen, haben die Zähne gereinigt, um dann hinterher Veneers einzusetzen und Kronen, es sind auch Brücken ausgetauscht worden, die ich schon hatte, ja war noch einige Male hier zum Check-up und bin jetzt sehr zufrieden. Ich war jetzt knapp zehn Tage hier, bin extra aus Deutschland dafür hergekommen, Dr. Kadir hat meine Zähne gereinigt, Dr. Oemar hat die Veneers gemacht, die Kronen gemacht, ich kann sagen, dass wirklich alle sehr, sehr nett zu mir waren, mich immer gut behandelt haben, dass die Behandlung komplett schmerzfrei war und ich würde tatsächlich jederzeit wiederkommen und habe es auch schon meinen Freunden, meiner Familie empfohlen, also ich denke, man wird mich hier nochmal sehen.